Als ich auf diese Insel gespült wurde, war mein Leben, wie ich es kannte, vorbei. Aber mein Leben, wie ihr es kennt, hatte gerade begonnen. Die, die hier leben, wollen mir etwas antun. Mich töten. Also muss ich kämpfen. Ich muss akzeptieren, was ich bin. Ich bin schnell. Mutig. Brutal. Ich bin agil. Hart. Ich bin wagemut. Tapfer. Gefährlich. Ich bin stark. Ich bin... Lara Croft. Lara Croft. Untertitelung des ZDF, 2020